Hallihallo ihr lieben SWTOR-Freunde, hier ist wieder euer GigaGrevy zurück bei Shadow of Revan, der neuen Erweiterung dem großen Patch 3.0 von Star Wars The Old Republic. Wer meine Let's Plays angeguckt hat, zumindest die letzten Folgen von Shadow of Revan, der weiß, dass ich schon eifrig auf Rishio unterwegs war. Jetzt sind wir auf der Imperialen Flotte. Was ist passiert? Nun, Gamona ist passiert. Auch die habt ihr wahrscheinlich in einem meiner Let's Plays schon gehört. Es ist eine Fan-Seite, also beziehungsweise es ist ein sehr großes Portal, ein Nachrichtenportal über Spiele, über Computerspiele. Unter anderem gibt es dort die Star Wars Fan-Seite Star Wars Planet, die also in der Gruppe von Gamona mit einzureihen ist. Und da gab es wieder einen interessanten Artikel, nämlich, dass man einige Fähigkeiten, die man bereits hatte, wieder kaufen muss. So, und wer wiederum meine Let's Plays verfolgt hat, der weiß, dass ich mich in letzter Zeit ein bisschen darüber mokiert habe, dass viele Heilerfähigkeiten abhandengekommen sind mit der neuen Erweiterung. Und jetzt werde ich gerade im Chat gefragt, ob ich Let's Plays mache. Exakt. Ich hatte... Jetzt muss ich mal ganz kurz antworten hier. Ich hatte bereits vor einiger Zeit SW-Tor. Let's Played. Jetzt bin ich wieder dabei. Die ersten Folgen sind bereits online. Einfach mal nach... Das ist auch mal eine kleine Werbung jetzt hier. Einfach mal nach Let's Play SW-Tor Shadow of Revan suchen auf YouTube. Dann findest du... Giga-Greavy. So, hätten wir das alles erledigt. Und was wollte ich gerade erzählen? Natürlich, die Heilerfähigkeiten sind abhandengekommen, aber nicht nur die, auch ein paar andere Fähigkeiten. Und, ja, man muss sie noch mal kaufen. Das mag für den einen vielleicht etwas doof sein, weil man natürlich wieder sehr viele Credits verliert. Auf der anderen Seite, ja gut, es gibt es pro Argument, dass natürlich dadurch ein bisschen Credits mal ausgegeben werden müssen für sinnvolle Sachen. Ähm... Und, äh, ich weiß jetzt nicht, was ich davon halten soll. Ich sag mal... Culture Shot. Gab's vorher nicht. Kauf ich sehr gern. Emergency Scan. Gab's schon, aber glaub ich mit einem anderen Symbol. Äh... Jetzt halt nochmal 735 Credits. Das ist noch okay. Natürlich hier 34.000 für Supercharged, äh... Celerity. Brauch ich das überhaupt? To you and your operation. Group members within 40 meters. Increasing Alakritz. Alakritz wird erhöht. Ach ja. Mh... Das ist natürlich sehr cool. Da krieg... Da hab ich natürlich, ähm... 5% mehr Schaden. Das ist natürlich... Also das ist wirklich stark. Das ist ja hier der Combustible... Äh... Combustible Gas, äh... Zylinder. Supercharged Gas zum Beispiel. Weiß ich jetzt nicht. Ist das eine Fähigkeit? Ja, das ist eine Fähigkeit. Ah ja. Erhöht auch meine... Meine... Äh... Mein Zylinder. Das ist ja interessant. Was macht das? Erhöht... Äh... Den... Periodischen Schaden. Um 10% Für 10 Sekunden. Aha. Und dann kommt da noch ein Supercharged Burn. Auf mein Target. Wenn ich da... Mit meiner... Flammbaren... Also mit dem hier. Mit der Fähigkeit. Ich weiß gar nicht wie die auf Deutsch heißen. Also... Angezündete Rakete. Entflammte Rakete. Ich weiß es nicht so richtig. Jedenfalls gibt es da nochmal extra Schaden. Wie es aussieht. Wow. Sogar richtig gut. 3.618 Elemental Damage. Over 5 seconds. Also richtig, richtig schöne Sachen dabei. Auch hier nochmal der Missile Blast. Wurde auch nochmal ein bisschen aufgestockt vom Schaden her. Natürlich ist es ein bisschen teuer. Do you believe? Tief. So. Nun gut. Dann kaufen wir das erstmal. Denn ohne das würde ich nicht weiterspielen wollen. Deswegen sind wir also auf der Flotte. Ich hoffe ihr habt Verständnis dafür. Jetzt muss ich das alles wieder umkrempeln, Leute. Jetzt muss ich das wieder alles umkrempeln. Colto Shot. Der ist jetzt hier. Emergency Scan. Der ist jetzt da. Alter. Den musste ich jetzt richtig levelen. Guck mal an. Jetzt bin ich schon wieder hier. Okay. Kleinen Moment mal. Jetzt muss ich das. Passt auf. Wir machen es folgendermaßen. Ich bastel mir das jetzt hier ein bisschen zurecht. Mach jetzt einen kleinen Schnitt. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Weil sonst wird das echt zu lange dauern. Wenn ihr hier mir zuguckt, wie ich meine Skills verteile. Okay. Alles klar. Dann sehen wir uns gleich nochmal wieder. Dankeschön. Bis gleich. So ihr Lieben. Da bin ich wieder. Oh Gottes Willen. Das hat sich jetzt angefühlt wie eine halbe Ewigkeit. Vor allem. Weil ich ja schon mal aufgezeichnet hatte. Also jetzt so zwischendurch nochmal. Und dann feststellen musste. Ich muss weiter skillen. Ich muss also nicht skillen. Sondern ich muss das weiter verteilen. Ich muss das umordnen. Dann habe ich jetzt ein bisschen Platz geschaffen. Hier im Inventar. Damit das nicht mehr ganz so voll ist. Die Taschen. Ich meine hier ist immer noch total rappelvoll. Ich habe jetzt in meinem Vermächtnis noch ein bisschen Platz geschaffen. Aber ganz ehrlich. Das ist doch im Gilden-Chat noch ein bisschen geschrieben. Weil eben da auch einer mit dem Kopfgeldjäger jetzt unterwegs ist. Der hat seinen ersten Charakter auf Stufe 60. Jetzt fliegen wir erstmal nach Michi. Damit wir heute noch was vom Spiel haben. Also ganz ehrlich. Das ist ja. So. Leertaste. Zack. Michi. Hallihallo. Gottes Willen. Das ist echt gar nicht so schnell einsehbar. Aber. Na klar. Ich habe es in einer anderen Folge schon mal erzählt. Man soll sich vorher vielleicht auch schon ein bisschen informieren. Gerade was die Blogs anbelangt. Rund um die Klassen. Da hatte ich mir die Livestreams nicht so richtig angeschaut. Bin ich ganz ehrlich. Die Blogs habe ich mir auch nur mal so. Mal so kurz durchgelesen. Und habe mir das aber nicht gemerkt. Denn gerade der Kopfgeldjäger war ja eine lange Zeit weg. Pass auf. Du hast nur noch den Healing Scan. Dafür jetzt Colto, Shot und Emergency Scan. Die anderen sind beim Bodyguard. Das habe ich aber auch erst jetzt richtig herausfinden können. Weil ich mich vorher nicht informiert hatte. So. Ansonsten gibt es ganz viele spannende Fähigkeiten. Wie zum Beispiel. Das kann ich euch ja mal zeigen. Hier ist Supercharged Gas. Also pass auf. Du haust dir hier. Oder ihr haut euch hier mit Colto, Shot einfach mal ein bisschen was rein. Denn das verbraucht keine Hitze und ist instant einsetzbar bis ihr 10 habt. Und dann durch das neue Design oder wie auch immer man das nennen möchte. Das neue HOD erscheint jetzt gleich. Achtung. Boing. Ptschum. Supercharged Gas und hier oben Supercharged Celerity. Da habt ihr also ganz ganz viele Möglichkeiten. Zum Beispiel hier ist dann mein Schaden erhöht worden. Um 10% für 10 Sekunden. Und wenn ich das Target treffe, dann bekommt das eben mehr Damage. So. Damit kann man halt ein bisschen rumlaufen. Und das sieht auch echt cool aus. So, wenn die Blaster glühen. Das hat schon was. Und deswegen renne ich jetzt mal so. Willkommen in Rishi. Gorgeous Bäste, Pirate-Hutte und über 600 Open-Bounties. Too bad, dass das Holonet-Signal weck. Otherwise ist es perfekt. Ja, das mit dem Holonet-Signal, ne? Das ist so wie mit dem WLAN. Schlechtes WLAN, aber ansonsten sieht's schön aus. Hm. Aber die Sofortteilung hat voll viel geheilt. Ich weiß. Hm? Meinst du den Rapid-Scan? Mit der Hand. Als Symbol. Na gut, äh, ich will mich da jetzt nicht groß hier... Also verzeiht, wenn ich da ein bisschen hier im Guild-Shot... Aber ich meine, wenn ich mich im Guild-Shot unterhalte, da lernen wir ja vielleicht noch was. Wo waren wir denn stehen geblieben? Oh, so schön viele Credits. Also ganz ehrlich, wer sich da beschwert... Man bekommt hier schon sehr, sehr viele Credits. Einerseits durchs, ähm, Looten von Gegnern und wenn man noch Hacker ist, wie ich, dann hat man das Geld, was man in die Fähigkeiten stecken musste, sowas wieder rein. Wir waren fertig mit dem Quest, dass wir, äh, den Commodore, Commodore Morlock oder wie der hieß, dass wir den ausgeschaltet haben. Das heißt, dass die Piratenbande jetzt nicht mehr die Unterstützung durch Rehwan bekommen sollte. Das ist uns gelungen und deswegen können wir jetzt unseren Bericht abgeben. Bei der lieben Lana und Farron, der aber gerade nicht da ist. Jakarro ist dafür da. Wir gehen einfach mal in die Cut-Sequence. Was haben wir von dem Aggressor gelernt? Sehr wenig, ich glaube. Es scheint, dass jemand es sich selbst überrascht hat, um vieles Daten zu korrupten, als letztes Ergebnis zu verhindern. Es ist ein echtes Müll. Fragmente bekommen, aber nichts unglaublich kohärentes. Aber eine Sache, die sich immer aufhörtert ist, ist die Mandalorian Margot, die vorhin erwähnt. Die one sie nennen, Torch. Was für sie? Well, es sieht aus, Torch und Margot waren als Tees für ein paar Jahre. Dann hat man etwas zu tun, die Rehwanites. Ich weiß nicht wirklich die Details, aber es sieht aus, Torch hat ihre ganze Klan zu einer anderen Isle hier auf Rishi. Ich habe die Koordinaten. Jakarro, ready your ship. Ich gehe, was diese Torch hat sich zu sagen. Ich habe den Gehkarao aus on a scouting run. Ich habe viele Entfernung für die Transportation, wenn er nicht zurückkommt in der Zeit kommt. Wow. You've been busier than I thought. Get whatever information you can from the Mandalorians. Mit any luck, they'll lead us to the Rehwanites. Ich bin der Grand Champion. Ich habe einen Raum in der Cantina. Ich werde trinken. Bring deinen Slicer, wenn du meine Geschichte möchtest. Kommt schnell, wie du kannst. Die hat doch in letzter Zeit immer Post geschickt. Das war geplant. Und das war von den Entwicklern geplant. Die haben in letzter Zeit viele Nachrichten geschickt an das Mail-System hier, an meinen Charakter, eben von dieser Christa. Und die hat gesagt, ja, wie geht es dir so? Und hey, ich mache mir eine Sorge um dich und so. Mach schön vorsichtig. Und ich dachte, Mensch, Wahnsinn, das ist ja auch mal was, dass die das so sagt. Und jetzt wissen wir also, warum, damit wir sie wieder im Gedächtnis haben und da dementsprechend um sie trauern können, wenn sie jetzt tot ist. Und da hat sich natürlich jetzt ihre Tochter gemeldet oder Schwester oder wer war das? Moment. Farrah. Farrah Marken. Ach ja, genau, die Tochter. Das ist ja Wahnsinn, dass die jetzt tot ist. Und Wahnsinn ist auch, ähm, dass wir uns jetzt gleich an eine Lampe wenden dürfen. Torch. Ich erinnere mich ein bisschen an Torchwood, wenn ja gerade Dr. Who-Fans werden sich jetzt freuen. Bolt Blasters Gear Pack, Implant und Earpiece. Contains a set of military-issued gear. Da wir ja jetzt nicht mehr so den Pseudo-Heal spielen können. Also, man kann das bestimmt, aber ich trau mich da jetzt noch nicht so ganz ran. Ich glaube, das ging mit dem Skillbaum besser als jetzt. Nehme ich erstmal das Damage-Gear, denn dafür sind wir ja auch grundsätzlich da. So, das machen wir mal auf. Und da finden wir... Ja. Okay. Finde ich... Guuu... Jein. Also, das finde ich jetzt nicht mehr ganz so gut. Vor allem, ich denke, das ist, äh... Critical und Surge. Ich hab doch aber... Alter, ich hab doch jetzt den Damage-Dealer gewährt, also genommen. Da muss doch Power dabei sein und Accuracy und nicht Critical und Surge. Ich denke, das ist für die Heiler. Das hat man mir immer erzählt. Weil ich immer... Ich hab immer sehr viel mit Critical und Surge gearbeitet. Das ist ja auch eine Methode. Ah, das ist sowieso immer stark diskutiert. Ich mach das jetzt einfach nochmal. Also, ganz ehrlich, da bin ich jetzt ein bisschen... Weiß ich jetzt gar nicht, was ich davon halten soll. Bei aller Fälle, das können wir ja bestimmt genau das... Oh, 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 oh. Da kann man sogar... Äh, äh, äh... Research bekommen. Du, ich hab immer nur Schematik drin. Ist das jetzt gewollt, dass ich das zweimal bekomme? Ich glaube nicht. Selbst wenn dann... Yeah, cool! Gleich mal Doppel-Kredits. Abgesahnt. Speak to Froth, Maccora. Ach. Ach, guck an. Ja, dann... So, meine Lieben. Wir sind am Punkt angelangt. Wir können jetzt die Flashpoints machen. Wir können sie auch solo machen. Wir müssen nicht zwangsläufig in einer Gruppe diesen Flashpoint besuchen. Ich weiß allerdings, dass man ihn nur einmal solo spielen kann. Und ich denke, da ich diese erste Folge sowieso total verhaune habe, jetzt zumindest von dieser neuen Aufnahmesession, kann ich es nur wieder besser machen, indem wir einfach mal im Solo-Mode den Flashpoint durchspielen. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Dann spielen wir diesen Flashpoint. Also seid beim nächsten Mal dabei. Vielleicht kommen ja beide Folgen am selben Tag raus. Dann müsst ihr nicht allzu lange warten. Das heißt, wenn dieser ganze Quatsch, den ich hier veranstaltet habe, früh am Morgen erschienen ist, dann könnt ihr davon ausgehen, dass abends dann der Flashpoint erscheinen wird. So. Jetzt tut mir ganz doll leid, dass ich das ein bisschen verhaune habe, die Aufnahme. Ich hätte gerne mehr Quests gemacht, zum Beispiel diese Dailies. Okay, die mache ich jetzt mal noch nebenbei. Das haben wir ja alles schon gesehen. Aber den Flashpoint, den zeige ich auf alle Fälle noch. Dann kann ich jetzt noch ein bisschen anderes Zeug erledigen hier, ne? Daily Tolerance und so. Zero Tolerance. Das mache ich jetzt alles noch. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen trotzdem. Ich weiß, ihr seid die Besten. Ich bin GigaGreavy und sehe euch dann beim nächsten Mal in einer Galaxis weit, weit entfernt bei Star Wars The Old Republic Shadow of Revan. Macht's gut und bis dahin. Euer GigaGreavy. Ciao, ciao.